Wir haben heute zwei nagelneue Songs im Gepäck und einer, der schon ein wenig besser wird. Ja, der erste Song... Einen Moment, können wir eben den Ton nochmal einmal pressen? Achso. Ist okay, oder? Ich sollte doch anfangen. Hä? Ich bin ja schon am Sprechen. Also im ersten Song geht es um einen... Also wir machen eigene Songs. So, überlegen Sie sich mal, worüber schreibst du. Und im ersten Song geht es um einen Festival, wo wir im vergangenen Jahr waren, was eine unglaubliche Vibration hat. Da kamen die Schwingungen, das war enorm. Und das heißt... Positive Vibration. Danke. Kann es singen? Gespannte Tücher, ein Farbenmeer verspülen. Und bleiben stehen positive Gedanken und Emotionen. Schwingungen reflektieren. Von diesem Ort nehme ich so wach. Werd magisch angezogen. Von einer Quellenenergie. Plötzlich da. Positive. Ich fühle beim Wischen. Durchströmen mich so unglaubliche. Positive Energie. Ich bin mitten in dem Turm für Turm. Um mich herum gute Laune. Es durchströmende Schwingungen. Hier möchte ich mir, was süchtig macht. Oh, positive. Ich bin mitten in dem Turm für Vibration. Und durchflutet mich so unglaublich. Eine positive Energie. Es soll niemals aufhören. Nein, nein. Man lässt mich nicht wieder los. Vibration von dir zu dir und dir. Und noch weiter mit Faszination. Für Vibration. Durchflutet mich so unglaubliche. Positive Energie. Verzaubern für mich. Verzaubern vielleicht für dich. Für Zaubern für dich und mich. Für Zaubern für dich und mich. Du schaust mich an. Und ich schaue zu dir. Und dann noch einmal zu diesem wunderbaren Ort zurück. Was wir hier leben dürfen. Das gibt uns ein gutes Gefühl. Wir nehmen ihre Messerschmitt auf unsere Reise. Von dir zu dir. Von dir und dir und dir. Weil we tienen die Hacsbank. Seinzer Höre. Mit dem anhem ich. renger. Ich nachglück. Mit dem anhem ich nach. Alsocolored. Danke schön. Ja, jetzt den nächsten Song wolltest du uns sagen. Im Jetzt und Hier, genau. Im Jetzt und Hier, bewusst da sein, bewusst alles erleben. Ein schöner Song. Mal gucken, ob euch gefällt. Ja, jetzt und hier. Ja, jetzt und hier. Ja, jetzt und hier. Im Augenblick Gefühle, die man nicht zu steuern macht. Ja, jetzt und hier. 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 Ja, dann und hier. Musik 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 Applaus Applaus Ich musste irgendwo mehr drücken bei dem Ding hier mit den zwölf Seiten dann braucht es schon fast ein Schraubstock Und der Ton geht Okay, es geht weiter, aber da haben wir Ja, jetzt das ist wirklich Es ist eigentlich besser mal fertig geworden Nicole Wolfgang hat es schon immer gehört Es beschreibt so das Gefühl, was man hat, wenn man Zuschauer wieder trifft, wenn man auf einen Auftritt ist Und da sitzen Leute, die man schon bei einer anderen Sache gesehen hat Oder gute Freunde sind extra mitgekommen Und das gibt einem immer so ein richtig tolles Gefühl Und da haben wir einen Song fürs Gucken Und das heißt Begegnung Musik 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 Ich bin total gelassig und geh auf die Bühne, ich bin bereit. Ich bin bereit, nicht rein, gut anstudier'n und es kann nichts passieren. Ich bin bereit, nicht rein, gut anstudier'n und es kann nichts passieren. Ich bin bereit, nicht rein, gut anstudier'n und es kann nichts passieren. Ich füge mich, unsere Songs mit Jugendgefühl, um endlich und schwach, wir für uns treuen Fünfzuspielen. Ihr sagt für uns unglaublich, seid ungehebend, Elixir. Ihr sagt für uns unglaublich, schön, dass es euch fügt, dass es euch fügt, dass es euch fügt. Etwas ganz Besonderes wird ganz neu in mir entfockt. Wenn ihr, ihr seid jetzt die, ihr fühlt wie wir. Tragt uns überall hin, tragt uns zu den Menschen weiter. Das gibt ein voll gutes Gefühl, mit unserem Motiv. Ich hab Gefühl, es gibt Begegnungen voll von Zauber und Magie. Sich anzusehen, werden die unsere Stimme einfach üben. Wir füge mich, und es sagt, die Bürger im Gefühl. Wir füge mich, und es sagt, die Bürger im Gefühl. ... ... Musik Musik